Hallo und willkommen zu einer Folge League of Legends, wieder im Schwarm-Modus und heute spielen wir wieder auf der nächsten Map und mit Illaoi diesmal, die anscheinend auf jeden Fall... Ne, das ist mein Standangriff, aber ist das hier? Komm mal zu. Ne, er hat aber ganz schön langsame Sangus-Tempo. Holy moly. Und also passiert das wahrscheinlich, dass die Zentare in das Spawn. Ne, doch nicht, warte mal. Habt ihr Götzen in den Boden, verursacht Scham im Bereich in der Einschaffung, steht eigentlich in den Tare, der Gegner in die Nähe angreift. Okay. Und für die Zentare stellen wir alle fünf Sekunden fünf Leben wieder, also ein Leben pro Sekunde wieder her. Und wir brauchen dafür auch Dauer. Dauer haben wir leider noch nicht freigeschaltet, das ist das Problem. Dauer haben wir noch nicht freigeschaltet. Deswegen, schade ist aber, was ich das so? Ne, wir steht leider nicht bei, wie lange die Zentare auf dem Boden hält, ne? Was ist das Ding? Genau, die haben wir neu bekommen, den Bunny Mega Blast. Nehmen wir doch erstmal, guck mal auf, was der kann einfach mal mal Sachen ausprobieren heute. Kirschtreffer, Schau, das haben wir leider auch noch nicht. Also, als es setzt, man muss sich echt erst freischalten, dass er was bringt, ne? Jetzt können wir wieder die Waffe abgeben, noch die Waffe, ich halt schon mal scheiße. Sondern sonst würde ich mal sagen, laufen wir halt entweder da hinten oder da oben mal zu diesen Eiszapfen. Da heute ist aber mal so eine Test-Ausprobier-Folge noch ein paar Sachen anschauen. Wir kommen auch gar nicht so weiter, kann ich ja auch noch den 2, äh, hier Pria ausprobieren, die haben wir auch noch freigeschaltet. So, das macht unsere Fähigkeit jetzt hier. Zuschlagen, okay. Baum, auch gar nicht verstanden. Wo der Sky ist dagegen, den mache ich gerade gar nichts, weil ich gar noch gar keinen Fernkernangriff hab. Den tut mir natürlich mit einem Aue-Damage-Radius um sich herum schwierig. Oh, da unten ist auch irgendwas. Ich muss sagen, die Standard-Waffe gefällt mir jetzt schon mal erstmal so gar nicht. Short-Range-Waffe, die dann auch noch irgendwie so übelst lange dauert, bis sie mal spawnt. Hey, warte, was ist denn jetzt hier? Ah, Leute, das Ding hab ich gar nicht gesehen. Das sind die Yu-Mi-Quests, die wir hatten. Fang den roten Punkt. Ja, ich glaub, ich bin ja schon totes, das Ding. Ich greif einfach mal viel zu langsam an, Alter. Weil, andersrum muss aber ein Gefühl gleich null. Ich glaub, das wird nix. Ja, vielleicht hab ich aber totes. Nö, einfach weg. Okay, er hat mal eine gute Runde. Ich glaub, ich war also der Stand angefallen, ich bin bis jetzt einfach mega kacke. Also, sorry, aber, what the fuck. Der war viel zu langsam einfach dafür, dass er einfach ein Nachkampfangriff ist. Na gut. Äh, würde ich sagen, wir proben mir einfach noch was mehr aus. Das wird wahrscheinlich auch Nachkampf sein, in dem Fall, ne? Weil, wird das schon sein, wie im normalen Loll. Die werden das auch entlänger angefangen. Hab ich auch mal, dass ihrer Weg ist, irgendwie ein bisschen schneller ist. Also, ihr habt ja jetzt alle fünf Sekunden angegriffen oder so. Also, ich glaub, aber range ist halt einfach schon angenehmer, ne? Sowohl. Steht davor und wo sagt, Char, mit dem Max mal im Leben skaliert. Okay, wir sprechen hier mit Max mal im Leben. Brauchen wir auch Wachstum, was jetzt noch entwickeln. Was ist aber auch, ist halt schon übelst kurze Range nur, ne? Es ist ja gar nichts. Also, ich hab's gerade mit meiner Ping, ist es auch mega ekelhaft, denn. Weil du einfach, auch noch beim Kiten, dann auch noch übelst verzögert bist. Und du musst halt eigentlich nah an den Gegner ranlaufen. Weil du sonst gar nicht den töten kannst. Hier kriegen wir aber eher mehr AOE, denn wenn wir das die hochskalieren, wenigstens. Das ist mal der Passive, dann. Ja, ich hab mich von dir mal fehlenden Leben, bis zu Schaden... Okay, ich hab mich von heute ein bisschen mehr Schaden und Laufdarm rückkriege, ich wenigstens. Bissin Lifestyle wäre aber geil, wenn du halt schon so nahkampf bist. Also, so richtig nahkampf bist, was ich hier gerade bin. Alter, durch das heißt, der Operat tatsächlich noch ausprobieren, würde ich dann echt tatsächlich sagen, dass dann heute erstmal die letzte Folge von Schwarmhaus ist. Wie gesagt, bis es dann auf einen Lifestyle rauskommt. Ja, viel kann einfach mal einsetzen. Okay, meine Fähigkeit ist aber echt, ist meine eh aus dem richtigen Spiel. Aber ich kriege halt trotzdem noch Schaden, also ich laufe eigentlich ran, das ist ja mega kacke. Und ich halte mich aber auch, basiert auf meinem fehlenden Leben. Ja, aber halt, basiert auf meinem fehlenden Leben, ne. Dass wenn ich jetzt mit Voller vom Gegner rausspringe, kriege ich wahrscheinlich trotzdem mehr Schaden, dass ich nicht bekomme. Das ist ja die Frage, wenn ich jetzt auf dem Gegner rausspringen würde, dann muss ich mich dann hochheile von der Theorie her. Irgendwann war es natürlich auch so ein kleiner Ereweg, ne, so deswegen brauchen wir auf jeden Fall auch mal. Ich finde, ich habe bisher einfach nur meine Standardwaffe, ne. Jumi questpawnd. Aber jetzt werde ich eh full life, ne. Ich muss sagen, wenn ich full life bin, ist die Fähigkeit aber nicht so geil, weil dann kriege ich auf jeden Fall mehr Schaden, als wie ich irgendwie an Schaden verursache, würde ich behaupten. Ich muss einfach mal durchlatschen hier. Ey, nicht rumlegen hier. Ach du Scheiße. Äh, äh, äh. Ja, das ist ja für euch auf jeden Fall auch range der Mischung, weil ich müsste die Gegner, die da hinlaufen, wo ich hinlaufen muss. Ich muss ja da am besten ja töten können, an dem erst der Stelle. Ich werde ja auch wieder sterben, weil ich einfach, weil ich denke, ich habe keine Ahnung, aber es war wahrscheinlich einfach mega dumm. Oder du hast du, wenn du Gold erhältst? Wir haben neue passiven Suppe sehen. Wenn alle 20 Sekunden Fähigkeit ist, dann wurde das zwischen mit minus 15 und 25 schwankt. Achso, kacke. Okay. Das ist ja jeweils, ich kriege was dazu, viel lieber auf was. Ja, 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 ich lebe ja nicht Gold erhält. Warum nimmt das hier einfach? Oh, jetzt war es die Yumi Quest quasi. Also, ich glaube ich trotzdem, also nachkampf fühle ich nicht. Vielleicht ist das irgendwann später krass, wenn ich sie nochmal wickelt oder so, vielleicht ist sie dann mega geil, die Fähigkeit. Aber für den Anfang fühle ich das einfach gar nicht. Äh, 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 ja, ne, wer läuft irgendwo. Ich halb mich so, aber tatsächlich hoch, halbwegs. Was ist das noch in der Ultimate? Ist mein Ultimate wie... Ja, ist quasi echt wie die normale Ultimate. Okay. Das heißt, ich habe bei beiden einfach nur so, dass ich mich quasi auf den Gegner fixieren und den angreif. Das ist ja wirklich toll. Äh, Lichtfeld. Ach, stimmt, das soll ja eins sein. Das war dieses Schild, ne? Ne, das ist kein Schild, die Gegner sind erst eingefroren einmal, ne? Na gut. Also ich finde immer wieder einen. Ja, immerhin. Was ist denn, als ich vorwärts zu kommen, dass wir den Gegner sind, das ist nicht angenehm. Das ist einfach nicht angenehm, ey. Ich brauche noch mehr Waffen hier. Ja gut, da muss ich mir jetzt wieder reinstellen, hier. Warte, mach ich das so. Anders geht hier momentan nicht wirklich platt. Wie leben hat er denn? So, das heißt, ihr könnt vielleicht noch Glück haben und wir leveln unsere Standardwaffe ab. Wir sehen uns auch schon mal, was die denn so kann. Aber, wie gesagt, das ist, äh, glaube ich, schon sehr lucky, wenn man da hin kommt. Will ich gerade sehen, wie wir die Gegner hier platt machen. Ach, siehst du was mit Crit gescalt, ne? Crit habe ich nicht, bringt mir also eigentlich nichts durchzunehmen. Weil wir ein Feilerfeld ist, wesentlich noch relativ weit kommen. Brauche ich auch schon Waffen, die wir abgewählen können. Ich habe immer noch nie nachguckt, weil die so immer schon Eiswürfel da auf der Map sind. Wir laufen uns dann mal hin. Ich weiß auch, wie geht noch. Wir kriegen jetzt auch gar keine Erfahrung, aber... Ich hab heute ist ja eher noch so ein bisschen austesten auf dem PBE hier, ey. Aber ich glaube, der A und Ilaui wären nicht so meins wären. Die können natürlich stark sein. Gerade, wenn wir die Waffen noch einmal erbwählen, was sie können, aber... Jetzt geht das auch einmal ein, was sie hier rumstehen. Okay. Ich bleibe da sehr aber auch eingefroren, wie es aussieht, ne? Bis die quasi dann irgendwann RIP sind. Ja komm. Haben wir es ja auch noch nicht zum Upgraden, aber... Das Bunny-Geschütze ist ja trotzdem nicht so schlecht. Wir brauchen eigentlich mal ein bisschen range hier, ey. Aber tatsächlich, die Fähigkeit ist auch nicht so geil, ne? Also ich hab das... Der letzte Schlag, da hat mir noch mal ein bisschen mehr Leben gegeben. Aber bevor habe ich halt einfach genauso viel Schaden bekommen, wie ich Leben gemacht habe. Also teilweise habe ich wahrscheinlich noch pein und sterbe deswegen noch. Weil ich da einfach mehr Schaden bekomme, als ich mich hoch halte, wenn ich Akku ziehe. Auch gegen den Boss am Ende, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das geil ist, den Anschluss chargen. Muss ich jetzt mal so sagen. Also irgendwie fühle ich das noch nicht so ganz. Aber ich krieg halt... Ja, je nachdem kriege ich vielleicht ein bisschen mehr Leben, wenn wenig Gegner da sind. Weil ich nicht wie viele Gegner da sind und ich Damage dadurch bekomme. Mal gegen den hier übrigens jetzt ganz gut, wenn nicht so viele Gegner. Was will ich denn noch haben eigentlich? Eigentlich will ich die Statics noch wieder haben, ne? Hat auch mit Maximal Leben skaliert. Also so drei Sachen zusammen mit Maximal Leben skalieren ist natürlich geil. Weil ich einfach Maximal Leben stecken kann. Das heißt skalieren, ne? Aber... Das ist ja zum Wickeln. Oh, das Ding spielt ja sogar mein Maximal Leben davon abgesehen, ne? Oh, hier deswegen auch auch mein Maximal Leben. Ah, jetzt ist er wieder das Teil, jetzt ist ich, äh... Gibt's mir... Oh, dann... Okay, das heißt, wir sollten jetzt eigentlich gleich unsere Waffen upgrade bekommen. Wickeln. Schläger hat eine höhere Reichweite und Schaden und lösen eine steigerbare Blutung aus. Okay, mehr Höhe und Schaden ist auch immer gut. Ja, okay, das ist schon sehr viel mehr range jetzt. So habe ich denke, dass wir die auf jeden Fall schnell abgehört, dann die Fähigkeit, wie gesagt, bevor war die einfach 40 kurze Range. Wir müssen noch mal gucken, wenn da irgendwelche Schaden wir da wirklich erst machen. Das braucht halt noch mehr Fähigkeitstermode für ein bisschen schneller angreifen. Das ist schon sehr langsam, was wir hier noch haben gefühlt. Ah, nee, wir waren ganz sehr langsam, wegen unserer Jumi-Passiven. Wir waren gerade wahrscheinlich im Minusbereich. Weil, geht das jetzt auch bei den Kling mit? Mal ausprobieren, wo ich jetzt einfach mal aus? Dem mache ich eh nicht. Dem Generation war es auch nicht wirklich. Habe ich jetzt drei Dinger, die hier schlagen? Es sind immer noch zwei, oder? Ich glaube, das funktioniert nicht mit dem Ding, habe ich das Gefühl. Weil es ist halt wahrscheinlich kein Projektil so gesehen, ne? Es ist halt wie ein normaler LOL. Es ist halt ein Schlagen, kein Projektil. Also, ja, sowohl, ne? Projektile, dementsprechend ist ein Videoangriff kein Projektil. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ja, das ist ja trotzdem funktioniert. Es ist halt trotzdem so gesehen, dass ja noch so eine Klaue mehr zuschlägt, aber ne. Neue Jumi-Quest, aber gerade haben wir wieder... bisschen Probleme hier. Tja... Oh, wir haben wieder sehr langsames Angriffstempo auf jeden Fall. Machen wir einfach den hier. Heilwurst gegen, kommt mir heils dagegen. Ja, perfekt. Halt, abbrechen. Für meine Dings haben. Aufhören wir mal zu Jumi-Quest. Aufhören wir mal zu Jumi-Quest. Ja, perfekt. Drei rennen. Okay, Gegner haben eine Chance, bei ihrem Tod mehrere Goldmürze fallen zu lassen. Für die Fehlkartstempo wieder Schaden. Deutsch Schaden. Fähler 40% maximales Leben. Ähm, boah. Ich weiß nicht, wie viel es dir lohnt, oder so, ne. Aber irgendwie... Kannst nicht, komm ich lieber, was ich zu Goldmürze fallen lassen. Also, wenn man... Klar, für ein PBS ist eh nicht so praktisch, aber sagen wir für den normalen... Wenn es irgendwann mal so ein Malenzulver rauskommt, wenn man sich da Sachen freischaltet. Also, ich frage ich jetzt meine Sachen schnell freischalten für den nächsten Runden, damit die einfacher werden. So gesehen. Da ist noch Statics. Aber da sehe ich bezweifelt, dass wir das noch freischalten. So. Wir erleben dadurch, dass das Ding noch mit Leben skaliert. Aber wir kommen doch recht weit hier. Also, dieses Upgrade war echt wichtig, dass der Standardangriff einfach eine höhere Range hat. Vorher war das einfach viel zu low. Das muss man, glaub ich, echt gut, echt schnell durchwaschen am besten. Das kriege ich aber gerade schon mehr Schaden, als wir ihnen dazu bekommen. Jetzt wird es langsam wieder ekelhaft und eng. Jetzt fällt mir das erst auf, dass ich gleich das anhatte, dass ich meine Mausrichtung angreife, sondern einfach irgendwo hin angreife. Das hat mir gleich aufgefallen. Hä? Habe ich noch einen Abrecht bekommen, obwohl ich zwei Karten eingesammelt habe? Oder bin ich tot? Ja, ich muss sagen, Nahkampf fühle ich jetzt nicht so. Mhm. Größenverzehrer freigesteuerte Dokumentierung. Okay, das heißt, wir haben jetzt größere Range? Was ist ein Größenverzehrer? Also warum Verzehrer? Ich würde schon sagen, wir haben mehr Range mit den Waffen gefühlt, aber... Dann wären wir vielleicht bei den Upgrade-Szenen, verstehe ich das auch noch mit bei, was genau das macht. Aber die ist hier nicht bei. Aber das wäre auch hier jetzt bei. Okay, ich habe keine Ahnung, was Größenverzehrer. Hört sich irgendwas an, wenn man es jetzt kleiner wird, oder nicht? So, vom Ding her. Na gut, habe ich gesagt. Ich würde auch sagen, das warst du erstmal mit den Schwarm-Folgen von PBE. Warten wir mal, bis es da wirklich auf dem Live-Server rauskommt. Dann werde ich auf jeden Fall noch mal mehr davon aufnehmen. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.